So Leute, heute möchte ich euch vorbereiten auf ein Gespräch, das ich in der letzten Zeit mit jemandem geführt habe und möchte euch ein bisschen die Vorgeschichte dazu hier erstmal erzählen. Und ich kann nur sagen, dass eigentlich jeder da draußen, ob er nun Christ ist oder nicht Christ ist, hier aus diesem Gespräch, das ich kommentieren werde, noch etwas für sich mitziehen kann. Ich würde sagen, es ist sogar ein Augenöffner für gewisse, ich sag mal Phänomene oder auch Fragen oder generellen Dingen, die da draußen so rumschwirren und hier geht es um die Person Dennis, die mich kontaktiert hat am 29.04. per Mail und ich möchte euch so ein bisschen so den Hintergrund dazu erzählen, was bis zu unserem Gespräch dann, das wir über Skype geführt haben, dort so passierte, also unseren generellen Austausch. Ja, wie gesagt, hatte er mich angeschrieben am 29.04. Ich werde das mal so grob vorlesen, da heißt es Guten Abend Nature. Ich bin zufällig auf deine Videos mit IS-Leuten gestoßen und wollte nur sagen, dass du wundervolle Arbeit leistest. Was mich allerdings wundert ist, dass deine Patienten behaupten, ihnen würde Zeit fehlen. Bei mir ist es so immer, wenn die anderen übernehmen, bin ich dabei, als ob ich einen Film schaue. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich dir das schreibe. Ich habe dann per Mail zurückgeschrieben, dass derjenige sich doch bitte per WhatsApp oder Telegram oder Skype bei mir zurückmelden solle. Ja, das geschah dann auch, es brauchte etwas Zeit, bis das geschah, das war dann am 3. Mai und daraufhin kam mir folgende Nachricht zu. Grüß dich Nature, Dennis hier, danke für deine schnelle Antwort per Mail. Ich nenne die Person hier Dennis, sie heißt aber nicht so. Du meintest, ich könne dir auf WhatsApp schreiben. Danke für das Angebot, es tut gut, wenn man sich mal öffnen kann, ohne vorurteilshaft angeschaut zu werden. Sorry, ich habe noch nie darüber geredet, obwohl wir schon ein paar Mal beim Psychologen waren, weil beim Herr war das Pflicht nach jedem Einsatz, ich wäre offen, dir den Bibelgelehrten noch offene Fragen zu mehr Personen im Körper zu beantworten. Solltest du noch welche haben, also Fragen nach deinem Zwei-Jahre-Studium oder dir einfach unsere Lebensgeschichte aufschwatzen willst, dann, wie gesagt, keine Ahnung, schreibt er, irgendwie fühle ich mich bei dir so heimisch. Ja, das schrieb Dennis mir hier dann per WhatsApp. Er kommt aus Österreich, das muss ich dazu sagen. Daraufhin habe ich dann mit ein paar Sprachnachrichten geantwortet und ein paar Rückfragen gestellt. Ja, er sagte, er kann halt nicht so Hochdeutsch sprechen. Gut, das passiert in Österreich, was natürlich kein großes Problem ist. Dann hatte ich ihn dazu noch weiter befragt, bezüglich inwieweit er denn, ja, eine Diagnostizierte, die es hat oder auch nicht. Da hieß es hier, ein psychologisches Gutachten habe ich nur über Posttraumatische, psychologische Belastungsstörungen wegen meiner Kindheit, sonst nichts. Wir sorgen schon dafür, dass niemand uns erkennt. Also zu deiner ersten Frage wegen dem Co-Modus. Anfangs gab es auch Gedächtnislücken, aber ich habe gesagt, ich will mitsehen. Und er meinte, ja, wenn du brav bist, also sinnübergreifend. Ja, also ich fragte ihn, wie weit er denn die Phänomene selber wahrnimmt, zu meinen, er sei dort viele. Und so hat er hier das berichtet, dass er irgendwann mal angefangen hat, in einem Co-Modus zu gehen. Und er kann sich auch an Gedächtnislücken erinnern, aber die weit in seiner Kindheit waren und nicht jetzt im Jugend- oder Erwachsenenalter. Und er hat dann irgendwie wohl mit der anderen Persönlichkeit kommuniziert und die sagte ihm, wenn du brav bist, darfst du halt co-bewusst immer mitmachen. Weiter heißt es, naja, er behauptet, also ich nenne ihn hier Dennis 2, wie wir noch sehen werden. Es sind nur ich und er in mir, wobei er anscheinend zwei Gesichter hat. Da denke ich, es sollten also drei sein, sagte Dennis. Also sie sollen da zu dritt im Körper sein, Dennis 1, Dennis 2, Dennis 3. Namen weiß ich nicht, er nennt sich Dennis, genau wie ich heiße. Und es laut ihm schon vor meiner Geburt bei mir. Er hat mir auch als Beweis gezeigt, wie ich geboren worden bin. Mit Kreißsaal, wie viele Menschen, wie lange, etc. wurde von meiner Mutter dann bestätigt. Ich habe ihr gesagt, ich hätte es geträumt. Also ich bin circa 20 bis 30 Jahre alt. Meinen Alltag kann ich seitdem wir zusammenarbeiten, wundervoll meistern. Es ist ein fliegender Wechsel und er kopiert mich dann einfach mit ein paar kleinen Verhaltensänderungen. Aber die fallen niemanden auf, da niemand hinsieht, solange ich nichts tue, was ihm verärgert, geht alles gut. Ab und zu mag er was nicht und greift ein, was ich beim Wechsel dann als spontane Wutaktion abtue, um man sich nichts dabei denken soll. Unsere Zeit als Soldat ist vorbei und wie gesagt, solange ich nichts mache, was er nicht will, fällt es niemanden auf. Er hat auch eine Auszeitwelt, also ein Ort, an dem ich mich zurückziehen kann. Wenn ich müde bin oder ihm nicht zusehen will, dort sind auch andere, nennen wir sie Wesenheiten, in Klammern Dämonen, finden sie beleidigen, Klammer zu, die aber nicht in mir sind, laut denen. Ja, das ist dann so hier, wo ich natürlich mal kurz zurückfragen erstmal gehalten hat, wie sieht es da aus? Und er hat mir das so grob dann hier erstmal geschrieben. Er schrieb dann, ich habe ihn gefragt zu sein, gibt es Traumata, wo er meistens immer so ist, dass irgendwelche Traumata in der Jugend dort zu finden sind oder auch nicht. Da schrieb er mir folgendes. Ja, Lebensgeschichte. Mein Vater, Erzeuger ist Afghane und hat mich, meine drei Schwestern und meine Mutter sechs Jahre lang terrorisiert. Geschlagen, etc., etc. Also ganze Palette vom psychologischen Quälen bis zu körperlicher Gewalt. Alles, er sagt, er war vorher schon da und nicht danach. Also sagt Dennis zwei, wenn Dennis eins ihn fragt. Ja, wie lange gibt es dich denn schon? Dann sagt er, ich war schon vor deiner Geburt da. Meine Mutter konnte, als ich sechs Jahre alt war, den Vater loswerden und heiratete einen neuen Mann. Der war dann nicht mehr körperlich gewalttätig, aber ein depressiver Choleriker. Aber naja, nur ein Viertel so schlimm wie der vorherige. Als wir 16 wurden, hatte sie sich endlich getrennt von ihm und wir haben ihn nie wieder gesehen. Der ist irgendwo in Deutschland. Wir haben das alte Haus von meiner Mutter abgekauft und sie wohnt jetzt bei ihrem neuen Freund. Der ist ein guter Mann. Und wir, also ihr Freund und ich, wir pflegen eine gute Beziehung. Er weiß, dass ich mit dir schreibe. Also Dennis zwei, das hatte ich da angefragt. Es war sein Wunsch, mit dir zu schreiben. Unsere Gedanken laufen simultan. Also alles, was er und ich denken, läuft gleichzeitig. Deshalb haben wir, nein, ich, Dennis eins, Konzentrationsschwierigkeiten. Er kann damit locker umgehen. Ja, das mit den zwei Gesichtern meine ich so. Dass er oder sie sich unterschiedlich verhalten. Er ist einerseits eine Kopie von mir, der halt einfach macht, wonach er Lust hat und kein Risiko kennt. Oder auch Gesetze keine Rolle spielen. Und eine Variante, die ist böse. Wobei ich gegen die immer ankämpfe, wenn sie herkommt oder dorthin gehe, wo keiner andere ist, außer aus Sicherheit. Für andere, also es ist noch nie etwas Schlimmes passiert, wird es auch nicht. Also mach dir keine Sorgen, schrieb er. Ja, wie hat er sich nun gezeigt, schreibt er? Wie kann ich das am besten beschreiben? Einfach eine Erinnerung, die plötzlich da war. Und wenn er mit mir redet, ist das wie wenn jemand neben mir steht. Fragt darauf noch ein paar Fragen. Daraufhin melde sich jetzt Dennis 2. Von mir auch ein freundliches Hallo, Priester. Wenn Dennis in die Auszeitwelt geht, geht er schlafen. Fertig. Ich bleibe für ihn wach, wie zum Beispiel 36 Stunden Wachdienst. Er kommt frisch und erholt wieder, ohne Schlaf zu benötigen. Er weiß, wie wir aussehen. Das spielt aber keine Rolle. Und die Erinnerungen bekommt er glasklar wie ein HD-Film präsentiert. Der Grund, warum wir dir schreiben, ist, weil wir deine Arbeit toll finden und hoffen, dass du noch viele Menschen befreien wirst. Ja, das war dann eine spontane Aktion, dass halt Dennis 2 hier geantwortet hatte, weil ich gar nicht an ihn Fragen gestellt hatte. Ja, daraufhin schrieb ich weitere Fragen. Da schickte er mir zwei Nachrichten, die dann auch ganz schnell gelöscht wurden. Und ich habe dann nur geschrieben, oh, hatte die Nachrichten noch nicht gelesen. Und da sagte dann Dennis 1, ups, ja, er meinte nur, er schläft nie. Nur der Körper braucht mal eine Auszeit. Und er sagt, ich habe die Nachrichten gelöscht, weil Dennis 2 unhöflich war. Ich habe ihn dann irgendwas wieder gefragt, kam zurück. Also wenn ich in die andere Welt gehe, ist es ja nicht ganz so wie Schlafen, sondern eher wie luzides Träumen. Dort kann ich in Ruhe lernen, studieren, Gedanken ordnen oder ähnliches. Manchmal auch wirklich Tiefschlaf. Er übernimmt dann, und wie du dir sicherlich denken kannst, macht es ihm Spaß, wenn ich nicht zusehe. Ist mir aber egal, wenn der Alltag zu langweilig bzw. langwierig wird. Zum richtigen Schlafen gehen bin ich dran. Dafür ist er nicht so gut. Ich fragte ihn nochmal, wie kann er denn jetzt irgendwie deine Geburt abspielen, damit du die als Dennis 1 sehen kannst? Er sagte, also er sagt zum Beispiel, hey, ich wartete auf deine Geburt, bis du gekommen bist, damit wir zusammen leben. So ähnlich. Dann muss ich sagen, ja, zeig mal, und dann, ja, echt schwer zu beschreiben, dann sehe ich das Geschehene, wie wenn ich ihn den Körper überlasse, also emotionslos schaue ich durch meine eigenen Augen, aber sehe die Dinge, die er mir zeigen will. Hm, wie kann man das erklären? Ich kann die Erinnerung auch nicht x-mal abrufen. Da muss ich ihn immer erst fragen, ob er es mir zeigt. Ich fragte ihn noch, wie ist das von der Qualität? Er sagt, genauso als wäre es real, aber ich kann meine Blicke und Handlungen nicht steuern. Das erinnert so irgendwie Hypnose-Rückführungs-Phänomene, sodass man sich da irgendwie selber sieht, irgendwie, aber man kann das nicht steuern. Man sieht wie durch die Augen eines fremden Menschen. Ich fragte ihn noch, wie er denn selbst lebt. Er sagte, wir leben nie alleine. Wir sind verheiratet und unsere Frau ist halt schwanger. Wir arbeiten im Stallbau Vollzeit, haben einen Stall mit Pferden und zwei Hunde. Wir sind zwar katholisch erzogen worden, aber wir, ich, habe mich uns dazu entschieden, Heide zu werden. Aber wir akzeptieren den alles liebenden Jesus und den gütigen Christengott. Und ich bin, wie gesagt, jetzt hat er sein richtiges Alter angegeben. Und ich fragte ihn, wie geht er damit um, wenn er darüber mit Menschen redet? Er sagt, ja, also wir erzählen jedem, dass wir besessen sind, dass uns Dämonen leiten oder sowas in der Art, aber im 21. Jahrhundert glaubt ihr kein Mensch mehr. Du bist der Einzige, der uns ernst nimmt. Ich fragte ihn dann mal, ob er es seiner Frau schon erzählt hat. Er sagt, ja, wir haben es ihr erzählt, aber in dieser Welt nimmt uns keiner ernst. Und es ist gut so. Ich fragte ihn nochmal, was er denn halt denkt über diesen Dennis 2. Und darauf hat dann Dennis 2 schriftlich geantwortet. Ich, Dennis 2, verrate dir nur so viel. Ich bin an diese Seele gebunden seit seiner Geburt. Als er gezeugt wurde, wusste ich schon, da gehöre ich hin. Er braucht mich. Ich fragte ihn nochmal, ob wir mal miteinander auch reden können oder so oder skypen. Er sagte, wir können gerne mal skypen, aber ich weiß noch nicht, wann ich eine freie Minute habe. Meine Lieber, PS, nimm ihn nicht so ernst. Er hat einen Hang zu übertreiben. Also den Dennis 2. Ich fragte ihn noch ein bisschen, er soll ein bisschen so aus seiner Hintergrundgeschichte schon mal erzählen. Da schrieb er dann, also es klingt jetzt echt komisch. Erfahren habe ich, dass ich ein Wir bin, muss so zwischen 4. und 6. Lebensjahr gewesen sein. Da habe ich wieder ein paar Schläge kassiert von meinem afghanischen Vater, weil ich nicht wusste, wie mir eine Hose nach links dreht. Und während der Schläge sagte etwas in meiner Stimme im Kopf zu mir, ich komme jetzt raus. Es klingt weit hergeholt, aber so erinnere ich mich daran, seitdem waren die Schläge von meinem afghanen Vater wirkungslos auf mich. Die Lücken kamen später, also die Erinnerungslücken. Einmal ist es mir in der Volksschule aufgefallen, da war ich ca. 9 Jahre alt, da bin ich aufgestanden und gleich danach, wieder, weil es Abend war, schlafen gegangen. An andere Lücken erinnere ich mich nicht, so wirklich. Meine kleine Schwester behauptet, dass ich mit 16 ca. mit ihrem Wald spazieren war und sie es gefilmt hätte. Aber mir fehlt der ganze Tag. Auch nach Ansehen des Videos würde ich behaupten, das war ich nicht. Ich fragte ihn noch ein bisschen zu seinem Vater und seiner Vergangenheit und zu der Situation. Er sagte dann, genau, ich war da Co. bewusst, umschreibt es sehr gut. Zum Beispiel, wo er mich vom Stockbett schmiss, auf mich stampfte und einen Stuhl auf mich schmiss, war ich dabei, aber keine Emotionen oder Schmerzen. Also als dann dieser Dennis 2 mal übernommen hatte und Dennis 1 sozusagen Co. bewusst der nur zugeguckt hat, hatte er diese Schmerzen und Emotionen des Vaters nicht gespürt. Ich fragte ihn natürlich dann auch, was denn Dennis 2 sagt, wer er sei, wenn du ihn fragst. Und da hat Dennis 2 hier geantwortet, wir haben es ihm gesagt, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und ich fragte, wer sind denn wir? Er sagte, wir, ich in ihm und andere, die ihm umgeben. Keine Tricks, Priester, hat er Dennis 2 geschrieben. Ich habe das nicht so wirklich verstanden, darauf habe ich ihn in dem Gespräch dann später angesprochen. Und er sagte, er noch wegen Skype melden wir fix uns. Wir freuen uns schon drauf. So, und dann haben wir einen Termin ausgemacht. Und so circa eine Woche später hier haben wir denn miteinander gesprochen. Das war am 9. Mai ungefähr. Ja, und das, wie gesagt, dieses Gespräch. Ich könnte einerseits natürlich das einfach so ausstrahlen. Ich habe das ein bisschen untertitelt auch. Er ist auch damit einverstanden, dass ich das veröffentlichen darf. Aber ich habe mir gesagt, es ist besser eigentlich, das abzuspielen, dieses Gespräch und gleichzeitig auch zu der einen oder anderen Stelle was zu sagen. Daher, weil dieses Gespräch circa, ich glaube, eine Stunde 30 geht, ungefähr eine Stunde 20, habe ich gesagt, ich werde das in zwei Teile aufteilen und dann jeweils zu den einzelnen Themen dann was sagen. Und das, wie gesagt, kann ich nur jedem raten, verpasst das nicht. Jeder Christ oder Nicht-Christ sollte sich dieses Ganze mal anhören. Ja, auch jede DS-Person, ja, auch sollte da mal hinhören. Weil, wie gesagt, mir persönlich in meinem Leben, in meinen zwei Jahren, auch wenn ich in die DS-Forschung gehe, habe so etwas noch nicht erlebt. Und dennoch aber mit all meiner Erfahrung und Weisheit kann ich sagen, das, was der Mann da erzählt, macht Sinn. Ja, also daher verpasst das nicht. Ich denke mal, ich werde das zeitnah in den wahrscheinlich nächsten ein, zwei Tagen beginnen, die erste Hälfte von dem Gespräch kommentiert hier auf diesem Kanal hochzuladen. Also bis dorthin sehen wir uns, bereitet euch vor, bis bald.